hallo und herzlich willkommen zurück zu against the storm weiter geht es pergwuhn runen schnabel königlicher sturmläufer schenkt uns bevölkerung nehmen wir die echsen nehmen wir die echsen nehmen wir die echsen wenig schnaben alter ernsthaft jetzt was brauchen da kleine nahrungssammler habe ich da aber auch kriege ich den da rein nein kriege ich nicht da auch nicht mehr aber da bauen wir den dazwischen dann kann der da sammeln dann kann er da sammeln kräutersammellager habe ich das kleines jahr aber kein großes ich könnte hier ein zweites upperlager bauen da fehlt ja einer da fehlt ja einer so packen wir die da rein dann kann ich hier die plantage gleich reinsetzen wenn die hier mit dem abholz fertig sind getreide gemüse es muss ich gucken wie setze ich das am besten hin am besten wäre ja so ne 1 2 3 4 dann käme hier die straße lang quasi da die würde ich hier weiter gehen quasi da und da kleine da passt du da rein hier eigentlich schon so so tut der alte wie geht es dir ich brauche auf jeden fall brauche ich stoff ich brauche auf jeden fall stoff wir könnten ihn auch angreifen wo ich auch noch zwei machen da kommt man die zielsteine und da verkaufen ein zahnrad dann kriege ich auf jeden fall ein bisschen geld was verkaufe ich verkaufe ich zwei von denen weil die exen immer noch ohne haus sind so nächster auftrag 20 kisten in fünf jahren wenn ich 15 nicht schaffe schaffe ich auch keine 20 waren behalten ja das klingt doch gut dann nehmen wir dann nehmen wir das klingt gut ihr könnt da pflanzen wenn ich die abreißen weil ich der kräutersammellager nicht habe wäre das sehr schlimm ne ne eigentlich nicht und im moment sind wir ja gut dabei du könntest hier mal platz schaffen dich setze ich raus dich setze ich hier hin ja verbrenn ihn verbrenn ihn er hat hier nichts zu suchen gar nichts gar nichts hat er hier zu suchen gar nichts raus mit ihm vier wurzeln habe ich zwölf 20 ich habe 20 bewohner aber zwei wurzeln ist das nicht schön jeder darf mal an der ecke lutschen jeder darf mal an der ecke lutschen das ist doch schön ist das warum müsst ihr eigentlich immer abbauen hä warum das kochhaus könnte ich hier rein bauen das fiel mir auch jetzt ich habe keine ziegel ich habe keine ziegel lokale steuern für jeden krug mit ordentlichem bier würde dir jeder dortbewohner sein letztes stück bernstein geben für jede 100 prozierte bier und erhältst du 20 bernstein getreidesäcke spezialisierte getreide anbautechniken die getreideproduktion wird für 25 für jeden 25 anbau um einen erhöht und da habe ich handelte ja nehmen wir das getreide nehmen wir das getreide getreide klingt immer gut getreide hier ne das sind die sachen die alle fehlen eine ranch eine ranch könnte ich bauen die könnte ich hier rein bauen in der tat dann würde ich da auch essen kriegen neue doch gewohner neue doch gewohner neue ja kommt nehmen wir die bären nehmen wir die bären und da fehlt natürlich wobei die eier brauche ich eigentlich nicht ne die kann ich nicht aufmachen schmiede und die schmiede könnte ich auch bauen die würde ich aber auch gerne hier irgendwo in die nähe bauen guck mal wir bauen die primitive werkbank die baue ich erstmal da rein so dann können wir die schmiede und den brennofen die schmiede baue ich da rein was habe ich da den außenposten den kann ich auch da hinsetzen so was ist das schmiede 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 brennofen daneben guck mal hier ist noch genug zum sammeln hier ist noch genug zum sammeln und es fehlt ja Getreide ne ach schon wieder der Leuchtturm schon wieder der Leuchtturm sehr schön hab ich Harz kalte Flamme blendet das Licht wer an dem Stadt Harz und hab ich hier Apotheker bei Rauch Kosmetika und Kekse bretter habe ich natürlich ja bretter habe ich aber keine ja dann müssen wir den später machen dann müssen wir den später machen nützt ja nichts handelswege sonst hab ich nichts ne ne 10 Bernstein hab ich 10 handelswege handelswarenpakete brauche ich die eigentlich ja nicht ne mit fenizil da würde ich neue Leute kriegen da würde ich neue Leute kriegen und ich hab geil ich hab kein Geld ich hab kein Geld und kein Essen sehr schön kannst du erstmal hier die zwei Bäume da fällen damit die weg kommen damit die weg kommen weil die stören die stören ungemein das kann ich doch machen die letzten Aufgabe siehste ja siehste ich wusste es luxusgüter pakete und handelswarenpakete 25 und 20 in 16 minuten schenke fließe 14 handelswege ab ja da kriege ich hin 250 holz brauche ich und 30 proviant pakete und 30 proviant pakete und wie viel holz habe ich gar keins ich hab kein holz meint ihr wir schaffen das 200 holz 250 holz ich glaube nicht so so dann müssen wir opfer ja dann opfern wir jetzt mal die kohle und das öl das öl dann kifferei schreibhaus und forum freizeit und bildung mir fehlen die ziegelsteine mir fehlen die ziegelsteine aber forum klingt gut mal mal warum hauen die denn jetzt alle ab ist doch gut jetzt ja ja papa nix papa nix papa nix papa und kekse sind teuer kekse sind teuer 19 habe ich so was muss ich dann davon noch ein paar 35 bernstein brauche ich alter wo soll ich denn 35 bernstein herkriegen die könnte ich doch verkaufen hier ne kann für den kauf von upgrades in der schwerführende stadt verwendet werden oh schön das heißt ich muss sie behalten alter ist doch nicht wahr nebeldurchdringender du darfst die legendären nebeldurchdringender verwenden bei einem so seit dem geschenk in den händen sind die erwartungen der königin dementsprechend hoch genau der lichtungsinhalt wird mir angezeigt aber die ungeduld wächst je zwei neu gelöste gefährliche und verbotene ereignisse wird die feindlichkeit um 50 reduziert oder verlassenen wohnwagen die globale produktion ist schneller aber ich habe keinen handel ja dann nehme ich die feindseligkeit runter mit der feindseligkeit runter damit handelswarenpakete und luxusgüterpakete brauche ich produzieren wir beides in 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 sägewerk wie bei schmiede tischstall leder arbeiter presse ist das hier ne guck mal da ist der brennofen ja und mir fehlen die ziegelsteine hey hast du ziegelsteine ich habe keine ziegelsteine alter ich habe keine ziegelsteine ich habe alles was man braucht ne hast du nicht ich brauche ziegelsteine ziegelsteine brauche ich jede menge ziegelsteine du bist fertig da komme ich auch nicht weiter weil wegen dings fehlt den kriege ich auch nicht gemacht weil wegen dings fehlt ja ne weil wegen dings fehlt ja alles hier also ich brauche ziegelsteine ich will doch nur ziegelsteine haben ich will doch nur ein paar ziegelsteine mehr will ich doch nicht ich nehme da nehme ich den bernstein da nehme ich den bernstein du kannst jetzt mal hier weiter holzeli holzeli machen ich komme da nicht hin ne ich komme da nicht hin Kloster, Markt, Tempel, Ziegelei der Markt guck mal den Markt den kann ich sogar bauen ist das nicht schön dann bauen wir da den Markt hin ich kriege die nicht geöffnet weil mir die Tischlerei fehlt und da fehlen mir die Ziegelsteine hier aha mir fehlt alles weil ich nicht hinterher komme da 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 Der braucht sauber Wein und Kosmetika braucht der. Wer hätte es auch gedacht. Da war ja klar, dass der wieder irgendwas braucht da, ne? Und du kannst auch nichts machen, weil du kein Holz hast. Würde ich dir gerne verkaufen, ne? Habe ich aber nicht. Kann ich nicht, habe ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht. Zu wenig Brennstoff, ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wäre ja alles kein Problem, wenn ich mal genug Werkzeug hier hätte, ne? Oder eine Tischlerei bauen könnte. Weil wenn ich eine Tischlerei hätte und eine Miene, alter, wäre ich, ich wäre der glücklichste Mann hier. Ich wäre der glücklichste Mann. Selbst das Ding kriege ich hier nicht auf, weil ich keine Ziegel habe. Ach, guck mal, Kupfer, Kupfer. Plus zweimal auf die Lehmproduktion. Das klingt alles so verlockend. Aber ich kann nichts machen. Habe ich alles nicht. Habe ich alles nicht. Zumal die immer weiter hier wächst, ne? Die Ungeduld. Das ist das Schlimme. Die wächst immer weiter. Ich komme nicht voran. Ach, der Maulwurf schon wieder. Ist doch nicht wahr. Hans Maulwurf, was ist denn los mit dir, hä? Ich habe kein Fleisch. Abflussmaulwurf sind intelligente Wesen. Aber sie können sehr schlecht gelaunt sein, wenn sie hungrig seien. Zerstört in ihrem Umkreis von 20 Feldern alle Ressourcen, Knoten und Gebäude und tötet Dorfbewohner. Dann muss ich auf das Fleisch gehen und hoffen, dass er so schnell wie möglich das Fleisch zusammenkriegt, ne? Jetzt lass mich eben gucken. Du kannst kein Dörrfleisch machen, ne? Du bist am Produzieren. Religiöse Siedlung, Zorgs geheime Zutat. Geheimnisvolle Zutat, die vom berühmten Koch ungefähr entdeckt wurde. Erhalte 10 für eingelegte Nahrung. Okay, das klingt gut. Das klingt gut. Das klingt fantastisch. Jetzt muss ich gucken, dass ich den da irgendwie ganz 16 habe ich schon mal. Aber jetzt habe ich auch nichts mehr, ne? Wann kommt der Händler? In zwei Minuten. Da habe ich noch neun Minuten. Okay, aber ich habe gesehen, ich habe gesehen, ich habe gesehen. Ich habe gesehen, ich habe... Wo ist man... Ach, das habe ich verkauft, ne? Na, das habe ich abgerissen. Da habe ich auch keinen mehr drin. Tut mir leid. Kann ich nichts machen bei dem Nieselring. Weil da, guck mal, da sind meine Ziegelsteine. Da sind meine Ziegelsteine. Oh, müsst ihr denn immer alle abhauen? Um, 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 um. Sahila ist da. Getreide brauche ich. Getreide brauche ich. Gemüse brauche ich. 20. So. Oh, ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen. Zwei Ereignisse geblündert. 35 Bernstein. 14 Handelswege brauche ich noch. Jetzt habe ich aber erstmal. Gemüse und Getreide. Genau. Die raus. Ich brauche nämlich nur das Fleisch erstmal. Ich brauche das Fleisch. Leute. Damit ich den da fertig kriege. Und das am besten so schnell wie möglich. So. Was brauche ich noch? Das kann ich verkaufen. Oh, du hast Zielensteine. Oder Leben. Primitive Werkbank habe ich, ne? Du machst doch Zielsteine, oder? Aus sechs Läden machst du zwei Ziel. Dann nehme ich doch noch das Leben mit. Weiter geht's. Weiter geht's. dann habe ich den auch fertig dafür die hätte ich gerne gekauft darf die hatte nämlich 10 im angebot 23 so 10 habe ich